Das leichteste Trailback 2022 Grad macht 12,9 Kilo, das Race RSL von Firma Mondraker. Schau durch die Details von dem Fahrrad an, vergiss dann unseren Kanal zu abonnieren und sehen uns dann gleich, wo wir das Fahrrad dann genauer betrachten. Bis gleich! Das Mondraker Race RSL. Das Race ist generell ein Trailbike mit 150 mm Federweg vorne und 130 mm Federweg hinten. Es ist auf effizient natürlich runtergetrimpt und die RSL Version ist quasi das leichteste Race, was von der Produktpalette Mondraker dieses Jahr angeboten wurde. Wir haben hier alles auf Gewicht optimiert und natürlich auf Smart. Fahrrad, wir haben hier das Mondraker Mainz System. Das Fahrrad ist quasi ein smartes System, wo ich meine Fahrten aufnehmen kann. Das Ganze kann ich dann mit meinem Handy verbinden, kann sehen, wie ich gefahren bin, wie schnell ich war, wie meine Strecke war, wie oft ich durchgeschlagen habe. Es gibt dann natürlich auch ein Feeling, wie ich meinen Feder einzustellen habe. Das Ganze findet so statt, ich habe hier ein Telemetrie-System, wo hier auch ein Magnet ist und dadurch werden auch sehr viele Daten insgesamt mit dem GPS, was hinten verbaut ist, gesammelt. Hinten werden auch die Daten von den Dämpfern gesammelt. Das heißt, der Boden wird komplett abgetastet und in meinem Mainz System dann gespeichert. Durch ein intelligentes System wird das Ganze dann ausgewertet. Ich kriege immer Auswertungen, wie ich mein Fahrrad am besten einzustellen habe. Das Ganze kommt auch von Rennen, was quasi jetzt auch für Normalstärbliche zu kriegen ist. Es wurde entwickelt, um Rennfahrern zu helfen, das Maximum, das Optimale von der Rennstrecke rauszuholen. Das System war so geil, wo dann sich Mondraker dachte, hier, wie wäre es, wenn wir es für Normalstärbliche auch zugänglich machen. Das war natürlich sehr schwer. Die Chip-Entwicklung etc., auch die App-Entwicklung, aber Mondraker hat das dann geschafft. Und bei dieser Produktpalette wurde dieses System dann auch geliefert. Wir durften es jetzt testen, ein Jahr lang. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Ich sehe meine Fahrten, ich kann alles sehen. Es spuckt so viel Daten raus und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr, wenn da Updates auf der App kommen. Und die Kommunikation funktioniert natürlich auch wunderbar mit dem Handy. Vorne 150 mm Federweg, Fox 36 mit der Grip 2-Gertusche. Lässt keine Wünsche mehr offen. Die Fox-Kashima-Reihe. Kashima ist ja die goldene Beschichtung für Leute, die es nicht wissen. Das ist quasi die Factory-Reihe. Und da habe ich die maximale Einstellmöglichkeit, was mir eine Gabel überhaupt anbietet. Um das Fahrwerk richtig einzustellen, brauche ich wahrscheinlich ein oder zwei Tage einen Bikepark. Da die Einstellung auch so schwer ist, hilft das Mainz-System auch, um das Fahrwerk auch noch optimaler einzustellen. Für ein normalsterbisch wie ich, die überhaupt nicht die Zeit dafür haben, bis auf den letzten Millimeter das Ganze einzustellen, hilft natürlich dieses Mainz-System extrem. Die Bremsen von SRAM, G2, RSC. RSC steht für Druckpunkt, Dosierbarkeit und natürlich die Griffweite-Einstellung. Das heißt, die maximale Einstellmöglichkeit bei G2. Die G2-Bremse hat auch verschiedene Versionen. Die RSC-Version ist die höchste Stufe. Viele sagen, die Bremse reicht nicht aus. Ich möchte gerne eine andere Bremse. Kann man ohne Probleme nachrüsten auf eine XTR oder auch auf eine Code-Bremse, vielleicht auch eine MT7. Alles ist möglich. Aber die Bremse, die hier verbaut ist, die G2-RSC, funktioniert wunderbar. Lässt sich auch richtig schön einstellen. Ich kann den Druckpunkt mehr nach hinten, also mehr ein bisschen Griffzieher, nach hinten bringen oder auch direkt nach vorne. Ich kann die Bremse richtig schön dosieren und die Griffweite kann ich natürlich auch einstellen, wie ich das Ganze dann noch haben will. Nichtsdestotrotz, wenn man andere Bremsen dran machen will, auch kein Problem. Alles ist machbar. X01, AXS, wir haben hier die Funkschaltung von SRAM. Die Kassette ist die X-Spone-Kassette. Da ist es nicht gepinnt, sondern die ersten Elfgänge sind aus einem Stück Stahl gefräst. Das dauert 24 Stunden in Portugal, wo das Ganze dann gefräst wird. Hat den Vorteil, es wird extrem stabiler, dadurch auch leichter, weil ich die Pins nicht habe. Und mit der Zeit, wo es ein bisschen ausleert, fängt es nicht an, lauter zu werden oder zu richtig spielen zu bekommen. Es ist alles richtig fest. Der zwölfter Gang ist aus Alminium, damit man quasi Gewicht spart. Den zwölften Gang benutzt man generell auch nicht so oft. Wird dann dran gepinnt. Dadurch ist es auch die leichteste Kassette, die wir auf dem Markt haben. Aufverschleiß natürlich optimiert und ich kann die SRAM Eagle Reihe untereinander ohne Probleme austauschen. Das ganze Ecosystem ist so gemacht, dass alles untereinander kompatibel ist. Eine Besonderheit bei dem Mainz-System ist, oder beim Moonbreaker generell, dass ich die Zero-Suspension-System habe. Es ist quasi antriebsneutral. Wenn ich in die Pedale reindrücke, geht mein Kraftnet direkt in den Dämpfer rein. Da mein Dämpfer schwebt und durch das Mainz-System kriege ich dann auch die optimale Einstehendenmöglichkeit. Und habe dann quasi wirklich Zero-Waste, was quasi Energieverlust angeht, die ich in den Dämpfer immer wieder beim Bremsen oder aber auch beim Reintreten rein mache. Deswegen lässt sich das Fahrrad im Gelände, wenn ich bergauf fahre, richtig schön einfach bewegen. In einem Test kam es letztens raus, dass es wie eine Bergziege hochklettert. Das stimmt auch, weil hinten ist quasi wirklich zu. Und ich fahre dann so effizient wie ein Hardtail, habe aber dann trotzdem die maximale Traktion, die mir ein Fully anbieten soll. Deswegen wurde auch hinten auf 130 gelegt, damit ich auch nicht so einen hohen Spiel habe. Und dann richtig schön schnell hochfahre, aber auch beim Bergabfahren dann quasi alles dann ausnutzen kann. Der Vorbau ist sehr kurzes Ding. Wir haben hier auch die Vorwart-Geometrie von Mondraker, wo mein Gewicht optimal auf das Vorderrad und Hinterrad eingestellt ist. Wenn ich bergauf fahre, brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, dass das Fahrrad mehr nach hinten kommt, also weil ich einen ungewollten Wheeling mache. Und wenn ich bergauf fahre, brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen bei extremen Bremsung, dass ich dann überschlage, weil alles dann optimiert wurde. Auf Vorderrad und Hinterrad und das Oberrohr ist richtig schön tief. Ich habe hier ordentlich Beinfreiheit, wenn es jetzt zu extremen Bremsung geht und ich dann absteigen muss, ist es natürlich ein Vorteil. Durch einen kurzen Vorbau führt das Ganze durch aggressive Lenkwirkung. Und das hat natürlich einen Nachteil für Leute, die nicht so erfahren sind, genauso wie ich. Die kriegen enorm viel Feedback von dem Fahrrad und wenn sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, ist es ein bisschen problematisch für Fahrer, die sehr oft und mit viel Erfahrung unterwegs sind. Das ist natürlich schön, weil das Fahrrad die ganze Zeit dem Fahrer Feedback gibt. Absenkbare Sattelstütze ist auch verbaut. Wir haben hier die SRAM AXS, habt ihr gerade gesehen, Funkschaltung. Ich brauche nur den Akku hier rauszunehmen und zu laden. Das ist die gleiche, die auch jetzt bei der Schaltung verbaut ist. Ich kann die untereinander tauschen, wenn irgendein Akku dann verloren geht oder auch leer ist. Ich habe vergessen, einen Akku zu laden. Kein Problem, man kann die schnell untereinander tauschen, den richtigen Gang reinmachen und dann weiterfahren oder auch die Sattelhöhe richtig einstellen. Das Ganze war jetzt im Schlafmodus. Wenn das Ganze im Schlafmodus ist, einfach zweimal draufklicken, da wird es verbunden und dann ist es quasi verbunden und ich kann das dann ohne Probleme mehrere Wochen fahren. Ich kriege natürlich auch Feedback, da leuchtet eine Lampe. Ich kann das auch auf der AXS App sehen, wann quasi mein Akku so Richtung Ende neigt. Ich kann dann auch rechtzeitig meinen Akku laden. Das Ganze hat auch ein USB-Ladegerät, was richtig klein ist. Das kann ich in meinem Rucksack mitnehmen und wenn ich einen Powerbank habe, kann ich das 5 oder 10 Minuten laden und dann reicht es wieder für 2-3 Tage aus. Ohne Probleme, alles ist machbar. Carbon Felgen natürlich von DT Swiss, die wurden auch auf Gewicht optimiert. Die sind auch ein bisschen breiter. Ich kann die Reifen dann auch mit wenig Luft fahren, wenn es richtig schlammisch ist und wenn ich richtige Down-Listrecken fahren will, lasse ich dann ein bisschen Luft raus. Ich brauche mir jetzt keine Sorgen zu machen, dass der Reifen dann rausrutscht. Ich kann natürlich auch andere Reifen drauf machen, je nachdem, was für ein Profil ihr wollt. Hier haben wir zwei verschiedene Profile vorne und hinten vorne ein bisschen grobstülliger, hinten feinstülliger, damit ich da einfach das Optimum von Traktion raushole. Carbon, wohin das Auge reicht. Auch der Lenker ist aus Carbon, damit ich Gewicht spare. Das ist ja die SL-Version. Die SL-Version ist immer beim Mondraker auf Gewicht optimiert, wo sie quasi das leichteste Fahrrad in der Klasse anbieten. Kennt ihr vielleicht von den E-Bucks. Crafty ER SL haben wir euch vorgestellt. Race ER SL und Foxy ER SL haben wir euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Bin ich mir mal nicht sicher, aber wenn nicht, werden wir das Ganze natürlich auch in Zukunft euch vorstellen. Vier Rahmengrößen, SML XL und noch eine Besonderheit, Flaschenhalter ist auf Fitlock quasi optimiert. Wenn ich ein Fitlock-System habe, brauche ich den Magneten nicht extra drauf zu machen. Der passt dann richtig schön in die Buchse hier rein und ist dann auch sehr clean. Ich kann die Flasche dann abmachen und das Ganze ist dann nahtlos mit dem Rahmen dann eins. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Fahrrad oder auch zu anderen Fahrrädern, gerne in die Kommentare. Das Fahrrad könnt ihr gerne bei uns leasen. Wir sind bei allen Leasingsgesellschaften quasi Premium-Partner. Finanzierung ist kein Problem. Aktuell sind wir bei 4,5% Zinsen. Auch Versicherungen, Verschleißversicherungen etc. bieten wir alles an. Könnt ihr gerne bei uns vorbeikommen, die auch abschließen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne eine E-Mail an die info.switchback.de. Wenn ihr das Fahrrad reservieren wollt, entweder auf unserer Website oder einfach anrufen an 0641 34393. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. 4 Videos pro Woche haben wir euch versprochen. Jetzt ist 3 Uhr morgens, deswegen bin ich auch ein bisschen unkonzentriert. Wir versuchen unser Versprechen einzuhalten. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und ihr entscheidet nach wie vor, was wir alles drehen sollen. Einfach in die Kommentare, wenn das Fahrrad bei uns ist oder wenn es in Zukunft kommt, sobald es ist, werden wir das Fahrrad für euch dann drehen. Ihr könnt auch gerne fragen, was ihr an dem Fahrrad mehr sehen wollt. Dann gehen wir mit dem Fokus dann natürlich auch zu den Punkten, die ihr haben wollt. Wie gesagt, eine schöne Woche wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.